Wir können ja mal in Sunny Meadows reingehen, wir haben ja jetzt einen Profi am Start. Was? Wer sagt das? Wo ist der Profi? Ich sag das und der Profi bist du. Nein. Ich bin kein Profi. Warum nicht? Hör mal, weißt du, wann ich das letzte Mal Phasmophobia gespielt habe? Na, ich würde sagen heute. Ja. Frische Erfahrung. Frisch am Start. Schlüssel ist am schnitzeln und los geht's. Ja, unser Profi muss voranschreiten. Ach, darf ich vorangehen, ja? Yes. Ursten, hallo. Ich bin der Profi, ja wirklich. Voll keine Ahnung. So wie ich. So. So wie ich auch. Höchstestelle trocken. Oh, jetzt macht's ja auch noch Musik, hör mal. Hallo. Ich bist so gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Niemals. Mit den richtigen Leuten macht das dann auch Spaß. Alleine spiele ich's auch nicht. Nee, nee. Nee, nein. Äh, bei Nancy ist's safe. So einigermaßen. Nancy Villa. Ja. Hier sind auch keine Obbys. Äh. WMF in der Garage. Garage. Mach dir schon wieder die Türe zu. Ich hab gar nichts gemacht. Das muss ich erst mal beweisen. Die will mich sterben sehen. Die will mich sterben sehen. Ich hab hier ein Obb in der Küche. Ja, komme. Ja. Keine Finger. Ja, genau hier. Genau hier. Da. Warum hast du dich nach oben fotografiert, wenn ich dir sage, keine Finger? Let's do. Geht wieder. Hoppala. Weil ich dir nicht zugehört habe. Ja, ja. Wie alt bist du? Wo bist du? Ähm. Wie kann man die Kamera drehen? Mit der Maus kurz vor Ort ist er absetzt. Mit F platzieren und mit der Maus drehen. Indem die die Maus hin und her bewegt. Aber vor dem. Ja, ja. Hab ich schon gemerkt. Wir haben Box. Ähm. Wir haben eine Box? Ja, wir haben eine Box. Hat er da auch was gesagt? Ja. Das ist ja jetzt kompliziert. Was hat er gesagt? Ich will dich killen. Schmeiß auf jeden Fall mit, Helan. Äh. Ist das wieder sehr geister-eventfreudig? Okay, cool. Okay. Er ist auf jeden Fall im Esszimmer. Der Spiegel zieht richtig Sanitiv. Ja. Oh, schön. Das war gut. Da klaut sie. Da klaut sie. Ich hab so ja Pinky mit Spiegel fotografiert. Schön. Drei Sterne. Hey, Dermi. Schönen Abend. Hallöchen. Schön, dich zu lesen. Das war schön. Das war gut. Das hat mir gefallen. Geh doch wieder rein mit dem Spiegel. Nein, nein, nein. Du kannst aber auch ohne Spiegel reingehen. Ja, ja. Dann werde ich gleich schnappoliert. Ne? Ähm. Übrigens gibt es Geister, die dich verfluchen, ne, Pinky? Was? 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 Ja, ist wirklich so. Was? Es gibt jetzt Geister, die dich verfluchen. Aber... Ich bleib hier. Ich bleib jetzt hier. Ich bleib wo ich bin. Ich bleib wo ich bin. Also wir hatten Box, ne? Ja, und Orbs. Und Orbs. Das nenn mich lieber mit. Ich trau den beiden nicht. Mario Kai Unryo. Hallo Guys, du bist doch ganz lieb zu mir, ne? Hast du den Spiegel schon wieder an der Hand? Na... Niemals. Du, der saugt... Ich geh raus. Der saugt auch Sanity nur, wenn du den in der Hand hast, ne? Was? Nein, mach doch nicht sowas. Nein, ohne Scheiß. Hör halt auf. Ja. Das ist wirklich so. Ich glaub, die weint. Du bist eine Pfeife. Ja, sie kommt. Nein, das ist nur ein Event, ein Event, Event. Ohhhh. 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 Komm, Peggy, du willst es doch auf. Wer das die Wege gut ausgelöst hat, hä? Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht. Äh, ist die jetzt in der Garage oder was? Äh, nein, sie ist immer noch im Esszimmer. Guck. Da siehst du, dass der Spiegel auch so Sanity saugt. Aber ich hab, glaube, auch 35 Grad vorhin gehabt. Ne, krass. Ne, da hast du 50 gehabt. Echt? Ja. Aber der war doch unter 20. Nein, du, wenn du die Pillen, wenn du viermal Pillen nimmst, bist du voll. An Sanity wieder. Ich hab nur einmal genommen. Voll einmal. Und jetzt hast du über 40. Also, da siehst du, dass der Spiegel Sanity saugt. Okay. Das heißt, derjenige, der uns opfert, bist du. Vielleicht. Oh. Hi. Ich kann dir deinen Kopf sehen. Und da ist keine Lehre. Guck mal, da ist nicht gut. Willst du bei mir auch mal gucken? Da ist auch nichts drin. Ich wollte gerade sagen, bei dir ist eh nicht drin. Die Cam steht zu hoch. Ja, dann stellst du doch mal richtig hin. Ja, hab ich die Cam in der Hand gehabt, oder hast du die Cam in der Hand gehabt? Der Ort ist immer noch über der Anrichte. Ähm. Wie, die Cam ist so hoch? Mach doch noch da eine andere hin. Ja, die stellen wir immer auf den Fußboden. Weil dann hast du auch die Chance, die Dots zu sehen von Krabbelfiechern. Aha. Wie Schissfleck oder das Kackekind oder sowas. Habt ihr jetzt besonderen Namen, ja? Ja, ja. Ja, ja. Wir haben da so Kackekinder und so, ja. Ah, okay. Hand. Amen. Hand. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oder Kackekind heißt auch Hackfresse. Ach. Okay. Weil, weil, weil nix als Zähne im Gesicht. Mhm. Das Kind. Ja. Immer noch. Und Kackekind ist von, von Mackie. Aha. Kackekind. Miau. Miau. So, gut. Ähm. Tor ist fertig. Abwischen. Hallo. Hallo. Ja. Wehe, du hantest jetzt. Wehe, du hantest jetzt. Wehe. Wehe. Ich raste aus. So, was hat man überhaupt noch für... Das gibt es doch nicht. Schieße Wehre ab mit euch, Herr Stäblin. Du leck mich doch am... Schieße Foto von Geist, du. Boah. Kann ich nur ein Event. Dann entspann dich. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. War es rot? Ne. Sie lief mir hinterher. Ha 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 ha. Jetzt ist Hand. Lass mich, lass mich. Ich bin tot. Ich auch. Sie Xenzy. Ich bin drin. Die Chance ist trotzdem groß, dass er uns hier findet aber. Ich habe da gerade ganz gut überlebt. Wir haben was? Boxhammer und Orbs. Doch, Kleine. Ich flehe doch gar nicht. Gertisch. Abwischen. ich wollte doch nur mein stäbelein reinpacken so wollte ich gar nicht zeigen geist zeige das war ich ja keine angst mehr zu haben pinkies draußen wow und ja nun will sie dein pappes nun mal wieder sanity ja ist ja gut fast drauf geworfen hast du nichts was nichts gesehen was nichts nicht hinter dir nein du hast nichts gesehen doch habe ich nein du hast da liegt nichts muss man deine aber jetzt nicht in der küche gestattet nein mit räucherstäbchen müssen wir auch noch ja mani das ist ja du deine aufgabe eigentlich war das deine aufgabe weil du hast ja jetzt die meisten sanity-pillen gefuttert was habe ich warum naja es gab da so eine eine person die da ständig in den spiegel glotzen musste ja ich bin ja auch schön ich muss da reingucken die spiegel platz gleich mani jetzt ist ihre sanity wieder weg und ich weiß ich bin im schrank ja jetzt hat sie mich nein mani nein nein warum du das war das kleine monster naja weil ich draußen war und das foto hat nicht gezählt die hand ist schon wieder komm hierher komm hier hier ist sie komm weißt du was pinkie du kannst den scheiß alleine machen und jetzt find den geist dritten beweis ne ja was haben wir alles im f ist schon mal raus das brauche ich nicht mehr gucken ob ich drücke und box fingerabdrücke haben wir auch nicht diesen raus so bei buch wäre es eine mare ja wenn onryo und dort werden yokai okay aber du musst dir den staff umlegen weil momentan nicht das alles in der küche jo war hier nicht noch irgendwo eine pille ja hier oben steht noch eine ich schluck da mal okay warte das reicht eh nicht mehr egal wird den staff ein foto von meiner leiche und mannys seiner leiche ja ja das gibt geld das war nur ein event das wäre eh zu spät gewesen sie hätte dich eiskalt noch aus dem dings geholt aus dem schrank ich meine ähm was war wieder ein event du willst mich doch wirklich hier ähm ich dich dich schnuppern ähla la lala ah oh Gott Sunny ich mag dich nicht elected oh dankeschön Sunny für dein Du hast noch 4% Sanity. Ja, warte. Moment. Mein Herz. Schön atmen. Ja, tief durchslippi. Oh Gott. So, was? Foto. Steh, 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 steh. Ich schaff das schon. Jut, jut. Na, du, komm, das gibt's doch nicht, du kleine Schnudert. Ich meine, natürlich ist alles gezählt, ne? Leute, es ist alles super. Ich scheiß mal auch nicht ins Höschen. Niemals. Die ist in der Garage. Die rennt ums Auto drumherum. Mal gucken, ob sie sich... Sehr feucht. Oh, was war... Ja, funktioniert. Dein Ernst jetzt? Oh. Jetzt kommst du zu dir. Jetzt kommst du zu dir. Nein, nein. Hau ab. Hau ab. Alter, zieh Leine. Ist doch noch gar nicht hier entspannt. Ihr hantet jetzt aber lange, oder? Ja, ne Minute. Ist vorbei? Ach komm, leck mich doch. Ich... Ich will das nicht. Wanny, wo bist du? Wanny? Wo bist du? Wo bist du? Wo ist hier? Na, Keller. Was machst du im Keller? Sie können sterben. Mach die Türe auf. Ich will hier raus. Uns fehlt noch ein Beweis. Ich weiß. Ich wollte es ja nochmal anmerken. Musstest du jetzt mal Luft holen, oder was? Oh Gott. Ich... Ihr ist gerade den Hammer durch den Kopf gegangen. Ja. Macht Spaß. Oh, danke schön. Du auch? Ich meine, ich sehe hier keine Doddies. Ich habe die Kamera ein bisschen... Es ist doch... Was fehlt denn jetzt noch? Also es fehlt... Oder... Gefriertemperatur kannst du ausschließen, glaube ich. Okay. Also Dots oder Buch. Du bist gar nicht lieb zu mir. Schab gehört. Geistig, geistig. Du bist lieb. Pinky ist im Haus. Manni! Okay, okay, okay. Danke für deinen Sammeln im vierten Monat. Alter. Oh Gott. Mach nicht diesen. Gell, verschreckend schrangig. Raus hier. Raus, 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 raus. Und dann jetzt schon wieder hin. Ich so bin da draußen. Ja. Ihr als Geister, ne? Könnt ja ins Buch gucken, ne? Ja, könnt ihr. Ja, das könnt ihr. Das weiß ich. Ja, wenn wir drinnen wären, könnten wir das tun, ja? Geht doch mal rein, bitte. Warum sollten wir? Ich so bin ja auch ganz lieb. Ja. Aber es könnte sein, dass sowohl der Dotz als auch das Buch falsch passiert ist. Du müsstest den zweiten Dotz und das zweite Buch auch mal woanders hinlegen. Mach mal das Klärer vom Auto aus. Du musst die rechte Maustaste, die linke drücken. Bitte. Oha. Hand. Ich hab ein Auto gedauert. Danke, Geist. Ja, nein, nicht in die Küche. Komm aus der... Ja, nein, nicht in den Keller. Manni! Komm mal hoch hier. Was hast du denn schon wieder im Keller? Danke schön für die Bittys. Mach doch nicht sowas. Rechts rum jetzt. Rechts. Rechts. Ja, nein, nicht um die Couch rum. Das ist andersrum. Ja, geradeaus. Nein, nicht in die Küche zurück. Geist, ich bin gar nicht hier. Ganz lieb. Oh, ich bin, äh, wie langweilig. Aber, aber, sei da. Ich bin doch ganz lieb. Wo ist sie denn? Ist sie weg? Ach, da ist sie. Wobei? Da, Manni, danke. Für die 75 Bittys. Ach so. So. Und hier wurde erstellt. Ich glaub's ja nicht. Shani, das ist doch nicht sowas. Oh. Beide Bücher sind, ähm. Clean? Leer. Ja, toll. Na, toll. Nach Dots musst du gucken. Die sehen wir als Geister nicht mehr. Ja, mach ich schon. Bist schon dabei, ne? Äh, ha. Gefriertemperaturen haben wir ja auch nicht, ne? Aus sicherer Ferne. Saida, danke dir für dein Zapf im achten Monat. Vielen, vielen Dank. Hey, Saida. Vielen, vielen Dank. Ich glaub, die Kamera muss sich nochmal irgendwie ändern. Ich nehm nochmal eine mit. Puh, so Geist, du bist ganz lieb. Ich tu dir nix. Ich tu dir nix. Du tust mir nix. Alles ist wunderbar. Also, Pinky ist denn in diesem Arsch? Ja, die ist voll im Arsch. Ich tu dir nix. Du tust mir nix. Und alles ist wunderbar. Aber wie lange ich noch überlebe hier. Heftig. So. Die Kamera, du hast doch keine. Ja, ich meine hier im Spiel. Unglaublich, ey. Warte mal. Äh, warte mal. Da. Naja, gut. Die Sicht ist auch nicht. Ich will nicht zitieren, weil er ja immer bei mir meckert. Die Camps sind viel zu nah dran an den Dots. Beide. Also, alle Camps, die du reingestellt hast, sind dann viel zu nah an den Dots dran. Willst du, willst du damit sagen, dass ich jetzt nochmal rein soll? Äh, ja. Willst du mich verarschen? Nein. Und wir brauchen noch ein Foto vom Geist. Nein. Sicherlich nicht. Komm, sei doch nicht so. Hallo? Musst du nur die Tür aufmachen? Ich bin schon fast in der Garage. Ist hier jemand? Hallo? Ja, wer hat das Buch gekickt? Pinky, dreh mal das eine Buch um. Pinky. Nein. Ich komm ja schon. Jetzt dreh hier das Buch um. Ja, welch ist denn? Wenn du reinkommst hier auf der rechten Seite, da dreh mal um. Nix. Mal rein. Martin! Nein, puh, ich wusste es. Ich wusste es. Sag sie zu mir. Ja, aber sie... Ich muss jetzt nicht, ich mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ich weiß natürlich. Es ist alles ganz entspannt hier. Es ist eine super Geisterjagd. du lebst doch noch du kannst rauskommen gerade mit ach und krach überlebt weil sie die türen aufgemacht hat und das zweimal dreimal dreimal ok dann dreimal ich brauche einen neuen schlüppi ich meine ecke also er hat immer noch nicht ins buch geschrieben und das buch geteckt gilt gekickt das kann man pauschal nicht mehr ausschließen ok alles klar stefan viel spaß und durch oder war es jetzt ja 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 es ist vorbei ich fall gleich wirklich vom stuhl so ein ding was war denn jetzt wieder gleich mal doch kamen ich sehe das oh gott ok let's go ach come on du weißt du willst mich ich weiß das aber ich will dich nicht ach leck mich doch ach das ist gut stefan dass du mich auffängst die wollen mich ja alle tot sehen nein das ist überhaupt nicht wahr wirklich weh wunsch ist uns wirklich kamen wirklich warum ah sie ist noch in der garage mein ding ding dong oh mein ding ding dong shani unglaublich ach man puh da ist doch hin und her laufen kommt sich auf die mülltonne ne jetzt geht sie raus auf der geraden ihr seid furchtbar und in die küche ihr seid richtig furchtbar und weg das kriegt ihr wieder ah warte ist weg ja ist vorbei ja dann muss ich mich beilen sie macht dreckiges wasser in der küche ist mir egal ich will jetzt hier ganz schnell die cam umändern da war gott ich hab's gesehen haha haha du luder ich hab dich er ertoppt puh mach mal die tür hinter dir zu warum zieht's ja ok pfff alter ich brauch jetzt einen tupfer schwester tupfer habt ihr eingetragen jokai ja 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 du pinkie du musst doch mit räucherstäbchen abwehren und ein foto vom geißen manauze ich fahr jetzt weg hier ich glaub's wohl ich wusste gar nichts ach das ist doch kein schönes kein schönes whiteboard ke ha du du n du du Schreie Ich habe das nicht gedacht, ich habe das nicht gedacht, ich habe das nicht gedacht, ich habe das nicht gedacht. Wenn du nicht mit uns spielen willst, dann werden wir dich töten.